Guten Morgen meine Lieben! Direkt von der Alster heute. Ich will heute mal ein bisschen Dropshotten und zwar mit Tauwurm. Mit halbtote Tauwürmer, die mir der Fisch Fritze verkauft hat. Es ist kurz nach sieben, ich bin gerade von der Nachtschicht gekommen und wollte hier mal ein paar Würfe wagen. Also Dropshotten mit Tauwurm. Wollen wir mal gucken hier an der Alster, mitten in Hamburg. Schauen wir mal, wie das aussieht. Wollen wir mal gucken, ob unter der Brücke hier irgendwas geht. Mein Gerät, das ist eine Dropshothote von Shimano. Mit einem normalen Dropshotvorfach. Das ist der Palomarkknoten mit Sattel. Den wird sicherlich jeder kennen. Mit einem ganz normalen Blei. Ein Dropshotblei. Hier ziehe ich jetzt gleich den Wurm drauf. Und dann geht das auch schon los. Ja, die Rolle ist jetzt vielleicht ein bisschen älter. Aber die Route alleine hat ein 100er gekostet. Da kann man nicht, da muss man ein bisschen sehen, wo man bleibt. Die Rolle ist etwas älter. Wie gesagt, Schnur habe ich 13er, glaube ich drauf. 13er geflochten. Ja, dann wollen wir mal gucken. Legen wir mal los. So, meine Lieben, ich habe für euch schon mal das Wurmchen aufs Häkchen gezogen. Ja, was ich glaube, die Barsche das lieben. Ich werde jetzt mal anfangen. Sorry, ich werde nicht viel reden. Weil man will ja angeln. Man muss sich ja ein bisschen konzentrieren im Endeffekt. Schön zum Grund sinken lassen. Immer fein zupfen. Ganz fein zupfen. Jetzt allein darf dabei den Wurm nicht verlassen. Ich habe mal die Vermutung, dass unter der Brücke sehr viel Einkaufsbüren liegen. Schauen wir mal. Wetter ist ja hier die Jahre. Muss ich ja sagen. Der erste Versuch natürlich, wie soll es anders sein. Und da hat einer zugeschlagen. Hat einer gebissen. Jawoll. Ein Bärschlieb. Ein Barsch. Aufwurm mit Dropshot. Mein erster Fisch. Jawoll. Er ist nicht sehr groß, aber immerhin. Ein Barsch. Und meine Lieben. Und der ist doch schon etwas prächtiger. Oder was sagt ihr? Ja. Schon ein prächtiger. Sie beißen. Es funktioniert. Sie beißen. Wunderbar. Wo muss das sein? Aber ich bin Kumpel. Und meine Lieben. Weiter geht's. Barsch. Drei. Wunderbar. Barsch. Die Schwedenhänger Die Einkaufskörbe oder so ein Scheiß hier. Leute, alle müssen es hier von den Rücken werfen. Und nichts. Der Wurm ist weg. Der Wurm ist weg. So. Mal schauen, zwei haben wir ja schon. Die sind auf jeden Fall juckig. Hat schon drei Fehlbüsse. Der Wurm ist weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020